okay ich gehe davon aus ich muss hier rein so wir gucken mal was hier abgeht was ist passiert sie haben flan einberufen ich hoffe er kommt bald damit dieses gezänk ein ende sprecht könig flan es gab einige überlegungen wegen der letzten tage die kunde über oren verbreitet sich wie ein waldbrand die menschen haben angst wir sind verstört gelinde gesagt ein beliebter abt wird als heidnischer verschwörer enttarnt die druiden haben die kirche bis in die höchsten ämter unterlaufen wir wissen nicht wie weit wir müssen etwas tun wir müssen das land von ihnen befreien eine inquisition muss her kannst du so etwas sagen und handelte allein er gehört einem orden an es gibt andere wie willst du das leugnen das leugne ich nicht aber dann redest du nur von den kindern der dano dieses untraut hat druidische wurzeln wenn es gedeiht wie können wir sicher sein dass es nicht noch einmal passiert flan mir gefällt nicht was diese männer andeuten gehen nicht darauf ein machst du dir an deinem könig zu sagen was er zu tun hat du die auch druidische wurzeln hat du kennst sogar den ordensnamen vielleicht bist du auch wie owen und nicht das was du vorgibst zu sein schwein genug rede noch einmal so mit ihr und die ratten fressen dich bei lebendigem leib verzeihung mein könig dichterin ich will nicht zu misstrauisch sein ich ziehe nur vergleiche wir wissen nicht woher die nächste bedrohung kommt und wir können nicht einfach hoffen dass nichts passiert wir müssen verschieden wie wir sind als christen zusammenkommen wenn wir ein ihr land unter gott bewahren wollen wenn du das tust ich kenne deine ansicht kira gibt es andere die vorsprechen wollen ich diese versammlung macht uns eines deutlich in dieser angelegenheit gibt es zusammenhalt wenn wir nichts tun wird das unkraut gedeihen und für unruhe im königreich sorgen aber wenn wir handeln eine inquisition beginn bringen wir dem land die nötige einigkeit das ist mein volk sich fried und unter ihnen gibt es jene die die grundpfeiler des landes angreifen willst du ihre taten wirklich rechtfertigen sonst jemand sollte ich mich da wirklich einmischen ich meine ich bin eigentlich nur gast aber eine inquisition wenn ich das jetzt richtig im kopf habe heißt inquisition dass sozusagen religiöse auslöschung dass die christin jetzt da hingehen wollen und den einen auf den deckel geben das finde ich nicht so gut dieser vorschlag ist ein gewagtes unterfangen allerdings sind dessen auswirkungen zur jetzigen zeit kaum absehbar eine bedenkzeit wäre sehr wichtig jeder augenblick der untätigkeit schwächt uns wir Könige sind uns einig es fehlt nur noch deine einwilligung wir beginnen die inquisition alle droiden haben die wahl glaubenswandel oder verband die zukunft von irland wird eine christliche sein großes thema damals mit den religionen wo ist hier hin sie lief vermutlich nach hause diese straße entlang sie schien aufgewühlt das heißt diese straße zeigt doch wenigstens dahin ich muss sie beruhigen die andere straße ich glaube er sagt einfach diese straße oder irgendwohin zu zeigen ich gehe aber hier lang okay sie wohnen hier gleich um die ecke kira geh fort lass mich in frieden was geht hier vor sich was machst du flan der rückwahrtlose narre was denkt er sich er sah eine gelegenheit auf einigkeit und er hat sie ergriffen jeder könig würde das tun nimm ihn nicht in schutz das tue ich nicht aber er kann seine verbündeten auch nicht missachten du hast alles recht aufgebracht zu sein aber du kennst flan diese entscheidung fiel ihm nicht leicht gehen wir zurück und reden mit ihm wenn jemand ihn zu anderem überreden kann dann das werde ich ob er will oder nicht was es tut mir leid ich lasse nicht zu dass sie uns aus toll super danke dir kannst du mich hören alles in ordnung hast du kira gesehen ich dachte sie wäre hier jetzt mal ohne jux ne wenn das die kraft von dem droidentum ist dann würde ich doch eher nicht dem glauben anschließen die droiden nicht auslöschen lassen den lief was ich soll mit dem mitrennen ich dachte ich renne jetzt einfach hin ich dachte ich renne jetzt einfach hin würde ich immer so machen damit will sie dich aufhalten warte ich komm hoch ein uralter teil ihrer tradition vielleicht ist an den alten legenden etwas wahres dran ey du hast einen pony warum ich keinen pony ich will auch einen pony verstehe deine wahl war nicht leicht so oder so fühlt eine seite sich betrogen entscheidung solchen ausmaßes bedürfen langer bedenkzeit der entschluss gut sein soll ich habe vorschnell gehandelt ich bin verängstigten männern gefolgt männern deren treue mir richtig war mach deinen kopf frei wir sind beinahe da also jetzt nochmal ne was wirklich gehört hat wenn der glaube um die druiden also das droidentum so eine power hat und ich die wahl habe zwischen druide und ja christ dann nehme ich doch das da hinten alter die erde bebt die haben da so einen riesigen strahl und ich weiß nicht was haben die christen ein kreuz ein kirchen korr weiß ich nicht haben die auch sowas ich glaube nicht da brauche ich doch nicht drüber nachdenken dann nehme ich hier das erdbebending das war viel eindrucksvoller ich bin jetzt druide so na lass mich hoch nach oh nein ich habe den könig verloren oh man ich habe so hitzig über den druidentum geredet da habe ich einfach ihre flan verloren im nebel flan wo ist er klar schieb dein pony noch schneller jetzt oh es gibt gas schieb dich mit an und vor allem die gute dichterin ne flan ist doch in die dichterin verliebt und wir haben ja auch schon ein bisschen mit ihr angebundelt jetzt weiß ich auch wieder welcher ort das hier ist hier hat flan sein schwert bekommen von dem ab oh shit kira kira geh fort kira du willst uns ausschmerzen ja ich werde dich ausschmerzen ich werde dich ausschmerzen definitiv druide wo ist sie mein gott dein schwert flan bleibt an meiner seite ähm rumhauen sie oder du jetzt kämpf schon zurück 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 wir werden nicht hören kira hat ihnen den verstand geraubt verteidige dich alter der schwer super ich kann dich diesen weg nicht gehen lassen wo ist sie denn das tue ich aber du gehst zu weit da es kann riesen zwischen uns geben eine weitere lüge hohoho alter die sperre sind der hammer kira 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 au oh shit Oh, shit. Ich mag die Sperre. Alter. Komme ich hier hoch? Nee, ich muss kämpfen. Ey, hier. Warte, ich komme mal vorbei. Ehrloser Wikinger! Deines Inneren herrscht Lehre. Du redest von Ehre? Wo ist deine? Das weißt du. Bei Barret, seinem Sohn, noch einer Spielfigur dieses ewigen Krieges. Er ist mein Blut. Ach ja? Genau. Und du verdrängst deinen Verstand zugunsten deiner Schwüre. Ich bin nicht anders. Damit mein Volk weiterleben kann, bin auch ich bereit, dich zu töten. Okay. Ich nehme das jetzt einfach so hin. Ich glaube, die Sperre sind ein bisschen overpowered. Hätte ich jetzt einen Bagger oder sowas, würde ich die Säule abreißen. Oh, wirklich? Wofür sind die anderen da? Ich meine, ich kann sie auch so verletzen. Oh, okay. Ist ein ziemlich heftiger Angriff gewesen. Was heißt noch nicht genug? Du hast mich einmal getroffen. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Lass mich auf! Ich sagte, ich würde die Druiden nicht der Dunkelheit überlassen. Warum die vorgetäuschte Hilfe? Ich täusche nichts vor. Ich dachte, ich hoffte, du wärst besser. Besser als Owen. Ich bin nicht wie dieser Teufel. Nein? Sieh dich doch um! Du hast ausgeführt, was die Kinder der Danu sich erhofft hatten. Du wurdest zur Figur in ihrem Plan. Das war ich schon immer. Nach Mutters Tod war ich die Einzige, die den Lear Fall erwachen lassen konnte. Nie hätte ich gedacht, dass ich diese Gabe so närrisch einsetze. Was jetzt? Es endet. Owen, die Kinder der Danu, sie alle jagten der Macht des Steins nach. Und ich bin der Schlüssel zu seiner Macht. Du musst mich töten. Töte mich, Eivor. Wenn ich sterbe, stirbt auch Temers Macht. Und dann kann mein Volk nichts mehr fehlleiten. Die alten Tage werden zurückkehren. Lass es mich tun. Lass mich sie retten. Bitte. Normalerweise bin ich ja in dem Spiel immer so, dass ich eigentlich die Leute nicht töten will. Aber sie selber sagt ja, sie will ihr Volk damit auch retten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nach der Tat von Flan sowieso getötet wird. Ich glaube, ich gewähre ihr den ehrenvollen Tod. Ja, komm. Dies ist ein Opfer, das deine Götter ehren wird. Ich mache es schnell. Danke. Mach dich bereit. Nein. Sie wollte es so flanen. Der Lievol kann nie wieder Schaden anrichten. Sie ist nicht umsonst gestorben. Nein. Dafür werde ich sorgen. Das war's. Das hätten wir machen sollen. Das wäre einfacher gewesen. Toll. Kira. Es tut mir so leid. Beinbüll. Beinbüll. Wie fühlst du dich? Niedergeschlagen. Am Boden. Aber ich werde überleben. Nur mein Stolz wird sich erholen müssen. Es war schwer, dich nicht zu töten. Wenn du es gewollt hättest, wäre das deine Gelegenheit gewesen. So weiß ich sicher, dass du mir wohlgesonnen bist. Trage Sorge, dass Siegfried lange regiert und du wirst mich nie zum Feind haben. Hast du mit den anderen Königen geredet? Hast du mit den anderen Königen geredet? Deswegen bist du wohl hier? Ja. Die Inquisition ist begraben. Der Hochkönig ist der König aller, die in seinem Land leben. Das hast du mir vor Augen geführt. Ich bereue nur, das nicht früher verstanden zu haben. Du willst eine sichere Zukunft für alle. Kira wäre glücklich über diesen Ausgang. Ich weiß, dass Englerland viel für dich bereithält, Eivor. Aber du bist in Irland jederzeit willkommen. Lebe wohl, Flan. Wir werden uns wiedersehen. Was denkst du, würde mein Vater von all dem halten? Baröd wollte sicherstellen, dass Döflin nach seinem Ableben auf eigenen Beinen stehen kann. Er konnte es nicht mehr vollbringen, aber er wäre stolz, dass du es geschafft hast. Deinen Dienst für meine Familie werde ich nie vergessen. Unsere Familie, Siegfried. Pass auf dich auf. Möge der Hoger deines Vaters stets bei dir weilen. Und bei mir. Das war es dann mit dem DLC. Der Zorn der Druiden. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das so schnell vorbeigeht. Quest abgeschlossen. Der Preis des Verrats. Hat sich aber auf jeden Fall schon allein wegen der Waffen. Also wenn der Erste trifft, das ist so gut. Einfach so gut. Aber, wie man sieht, ist hier kein Eheland mehr drin. Was ist das? Achso, der Wolf. Oh, die Videos sind schon wieder zu schnell. Schön. Ja. Ich würde sagen, ich verprasse mal noch die paar Punkte, die ich hier habe. So. Inventar. Ja, das ist, äh, weiß ich nicht. Brauche ich jetzt nicht. Das war's, ne? Wir haben alles eingesammelt. Ich verspreche hinter mir jetzt alles eingesammelt. Warte. Dach, guck. Dach. Alles eingesammelt. So. Ähm. Dann ist als nächstes das neue DLC dran. Das müsste ich mir dann jetzt noch kaufen und runterladen. Aber ich glaube, ich werde heute zumindest das nochmal ausprobieren. Das mache ich. Wollte ich die ganze Zeit schon. Ich wollte mal gucken, ob das irgendwas für mich ist. Aber Eheland müssen wir leider verlassen. Also, auf noch Englerland. Ja, da musste ich die junge Dame am Ende leider töten. Auf eigenen Wunsch hin, natürlich. So geil. So geil, ich liebe es. Ist ja gut. So, wer bist du denn? Hi. Warte mal, wo wir gerade hier sind, ne? Ich würde gerne mal gucken, ob der Händler hier ein bisschen erzübrig hat. Wo war denn der Händler? Hier. Äh, Händlerin. Hallo. Oh, sie hat erzübrigen. Ja, also sofort. Da nehme ich alles mit. Was ist das Schönes? Hm. Brauchen wir nicht. Ist das denn alles? Ja, das ist alles. Wir sehen uns später. Bis zum nächsten Mal, Eivor. Ja, tschau. 350, lohnt nicht. Reicht nämlich noch nicht. Gut. Flussraub. Ich bin gespannt. Wird wahrscheinlich katastrophal. Ich probiere es trotzdem. Ist ja jetzt schon ein Waldchen drin. Und wir haben es nie gemacht. Hm. Das sind ja, das ist ja, da. Ich bin ja, das ist ja, da. Ja. Ja. Ich bin ja, das ist ja. Vielen Dank.